Herzlich Willkommen zu Mathe mit Noël. Heute schauen wir uns das kartesische Produkt an. Beginnen wir doch gleich mit den verschiedenen Namen des kartesischen Produktes. Das kartesische Produkt wurde nach dem Mathematiker René Descartes benannt. Es wird auch als Kreuzprodukt oder Mengenprodukt bezeichnet. Dabei darf man das Kreuzprodukt nicht mit dem Kreuzprodukt von den Vektoren verwechseln. Das kartesische Produkt liest man A kreuz B. Dabei ergibt sich eine Menge von geordneten Paaren. Ein geordnetes Paar ohne Elemente wird auch Nulltupel oder Leerstupel genannt. Ein geordnetes Paar mit zwei Elementen wird auch Dupel genannt. Bei drei Mengen ergibt sich drei Elemente in einem Tupel. Es wird auch Trippel genannt. Bei vier Elementen wird es Viertupel oder Quadruppel genannt. Die Reihe wird analog durch lateinische Vervielfältigungszahlenwörter fortgesetzt. Die Elementen in einem Tupel werden Komponenten genannt. A kreuz B wird definiert als AB, wobei gilt, A ist Element von der Menge A und B ist Element von der Menge B. Das heisst, wir suchen alle Zahlenpaare, die mit der Menge A und B möglich sind. Wir nehmen uns die Menge A und B zur Hand und bilden das Kreuzprodukt. Das erste Dupel ist 1,2. Wir schreiben das Dupel in das Ergebnis. Weiter bilden wir das Dupel 1,B und 1,C. Dieses Verfahren führen wir auch noch für das zweite Element in der Menge A durch. Das kartesische Produkt kann in einer Tabelle eingetragen werden, um auf alle Kombinationen zu kommen. Wir erhalten alle Dupel aus der Menge A kreuz B. Es ist zu beachten, dass B kreuz A nicht dasselbe ist. Beispielsweise ist das Dupel A1 in der Menge von B kreuz A vorhanden, aber in der Menge von A kreuz B nicht. Das heisst, das kartesische Produkt ist nicht kommutativ. Wir nehmen das kartesische Produkt von N kreuz N. Diese Schreibweise wird abgekürzt mit N². Wir nehmen uns das Koordinatensystem mit den dazugehörigen Dupel zur Hand und wählen den Punkt 3,4. Wir sehen, dass der Punkt 3,4 in der Menge des Kreuzproduktes von N² ist. Auch der R³ ist ein kartesisches Produkt. Wir betrachten alle Punkte auf den Achsen XY und Z und auch die Punkte im Raum. Alle diese Punkte sind Trippel von R³. Das kartesische Produkt ist nicht assoziativ. Klammer A kreuz B kreuz C ist nicht das gleiche wie A kreuz Klammer auf B kreuz C klammer zu. Weil im 1. Fall das Dupel AB vorhanden ist und im 2. Fall das Dupel B C. Weil es jedoch beim kartesischen Produkt auf die Reihenfolge ankommt, lassen manche Autoren die Klammen weg und schreiben ABC. In diesem Fall ist das kartesische Produkt assoziativ. Zu guter Letzt schauen wir uns die Eigenschaften an. Die Nicht-Kommutativität und die Nicht-Assoziativität haben wir bereits angeschaut. Vollständigkeitshalber habe ich sie hier noch einmal aufgeführt. Die Mächtigkeit gibt an, wie viele Elemente sich in der Menge befinden. Die Mächtigkeit von A kreuz B ist gleich wie die Mächtigkeit von A mal die Mächtigkeit von B. Die zuvor angeschauten Tabellen verdeutlicht das am besten. Wenn A zwei Elemente hat und B drei Elemente, dann ist die Mächtigkeit von A kreuz B zweimal drei, also sechs. Eine Menge kreuz der leeren Menge ergibt die leere Menge. Am besten kann man das veranschaulichen mit dem Beispiel Alles, was mit Null multipliziert wird, ergibt Null. Das kartesische Produkt ist distributiv. Man kann also ausklammern. Hier habe ich ein Beispiel aufgeführt. Auch die Monotonie ist erfüllt. Wenn A eins in B eins vorhanden ist und A zwei in B zwei, dann ist auch A eins kreuz A zwei in B eins kreuz B zwei vorhanden. Somit werden wir am Ende des Videos angelangt. Hier findest du mein nächstes Video. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Tschüss!